Ich meine, heute wieder etwas zu sagen, das ihr bis morgen nicht vergessen solltet. Also, heute Abend steigt die Party mit den neuen Blätterteigstängeln von Harni. Und mit mir. Gut essen kann man auch, wenn es passiert. Und zwar mit diesen abwechslungsreichen Fertiggerichten von GOB. Man kann sie im Wasserbad oder im Mikrowellenhärten heiss werden. Es gibt sie jetzt auch ohne Fleisch. Und wir hätten von Ihnen gerne den Namen gewusst. Und Sie hätten jetzt bestimmt gerne gewusst, was morgen bei GOB zum Beispiel für Frischprodukte in Aktion sind. 2,5 kg Frühherrtöpfel für nur... 3.80 Franken. Wisst ihr noch alles? Einen schönen Abend miteinander.